Habt ihr keine Lust mehr Daten zu verlieren? Dann download euch jetzt die Gratis-Variante der ECOS-Daten-Wiederherstellungssoftware. Mehr Details in der Beschreibung. Auf geht's, hallo an euch im Discord. Also, hey. So, der Ford GT geht natürlich schon mal ordentlich ab. Natürlich. Gustafy ist doch im Rennen. Also, der Ram? Perfekt? Ja, aber er ragt mich jetzt mal weg. Bei dem Erdgeschirm in dem Rennen ist er noch dabei, aber den nächsten nicht. Okay, dann haben wir ein Rennen, wenn es noch. Ram. Dino, du bist aber nicht wirklich so viel schneller als ich gerade. Was fährst du da? Nee, ich fahr gerade echt scheiße. Sorry. Okay, ja, da waren wir zuerst. Ich bin nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. Wir machen auch noch auf, Junge. Die Freutage hat nicht so viel Budget, das liegt aber nicht so gut. Es ist nicht so viel. Ich war nicht so cool. Sie müssen sich auf, wie ich es nicht so gut schadet. Ich muss noch das Problem. Und ich bin nicht so точig, ob ich es fault, ob ich es ein bisschen verletzt habe. Ich versuche es nicht. Ich bin nicht so recht, ich kann diesmal nicht so schnell, ich bin nicht so schnell, ich bin nicht so mein Stil in diesem Rennen immerhin in den Ziel zu kommen okay dies Jahr lassen auch stehen okay fortführt hier mal wieder fast an Rästchen liegen ja und ich bin sie doch gerade den Ränen da die Lachen zu müssen kommt schon Prozent Prozent er wäre ein bisschen wirklich der Ramm ist am schwersten hat am wenigsten PS wobei der Verkennung hat vielleicht noch weniger PS das liegt nicht an der Fall so viel glaube ich ihre Dynamisch auch ein bisschen besser drauf mehr wird auch sehr und kommen und die Sache die ich jetzt sagen warum hat er wird dort sehen auch nicht es gibt ein mehr wenn es sich abstimmt so dass man in der Herzen nicht mal fast und ist geguckt die haben die Sänge hat das braucht man die mehr als die Gänge als sie sind jetzt schon im Ziel aber schon ich muss vor der ACR entkommen ja ein Doppel-Sieg für Ford ich konnte nicht bei der Ränge ist auch über 100 Vorsatz von Alfa Sop Wasserpunkte unternehmen ab doch mal er hat auch nicht die Böden und ich glaube dass der Fall ist sogar äh der mit dem wenigsten Level Out glaube ich sogar ne keine Ahnung 80 knapp ja ok also GT gewinnt gegen ACR Mustang gewinnt gegen Demon Charger gewinnt gegen Falcon Raptor gewinnt naja beide sind jetzt hier gekommen er war vor ihm aber naja so aber ist doch schon mal gut für Ford die Ausgänge das erste Rennen vor allem blau blau ah stimmt wir können ja mal ein Autobahnrennen machen das ist vor allem sehr sehr fair für mich kommt auf an auch ne nicht dieses Rennen was soll ich denn da mit dem Dienen machen ach nö ich werd nicht letzter ich werd nicht letzter ich werd nicht letztendlich du musst halt aufpassen mit deinem Controller das bisschen Gas geben ich bin er stellt auch die Schwarzweiler übrigens und dann startet er auch noch ganz schön aber kann ich nicht ganz vorne starten wer fährt schon ganz hinten gestartet dass das Mobbing Kontrolle fast verloren so jetzt bin ich mal gespannt GT es ja ich sag das könnte nah GT hat mehr PS und zwar mehr ja sie nur geht auf die Jagd da vorne ich bin ich die letzte er schiebt mich am Checkpoint vorbei wow oh Gott das hier mit Wied mit das wirst du bereuen Chris das wirst du bereuen oh jetzt könnte Trashton ich hab grad einen kleinen Kampf obwohl ich alleine fahr komm schon ich will dich kriegen Chris äh ich hab einen Unfall gemacht komm schon Chris ich will dich haben oh der Demon du kommst doch relativ gut mit Jay ich fahr wie schon gesagt fast im achten Gang Schell ist zwischen 6 und 8 rum ne Hallo ja ja so ne Konstellat scheiße ich kann mal 8er Gang ne also mindestens 4er Gang und selbst da geh ich quer ne das ist der Trationskontrolle einschalten quer ach das was für Pussys komm zurück komm schon AC-artig will ich fliegen da vorne das ist halt in den Kurven immer extremen Probleme weil du so viel Willspan hast in der ACR da vorne Chris oh ja die Kurve ich gut bekommen ah Lino du bist wieder wieder dritter ja ich stehe jede Kurve gut weil ich so lahm bin ah shit ich versuch dich nicht zu blockieren ich lenke wie ein Traum alles gut ich koste die Lenkung 22 Sekunden Rückstand und Rundsatz 20 da sorry sorry das hat mich nicht gehört also bei mir steht ich hatte nicht gerechnet dass ich dich einholen h und ich hätte es dann was ist die Grunde ich oh wir kommen bald auf den Weg ich bin auf den Gravel gekommen ah du willst mal bist du aufbremsen ich komm sonst nicht mehr hier Chris hat ein bisschen Probleme mit Wirt dann würde ich mal so sagen merke ich den krieg ich vielleicht noch also ich ich muss hier sehr konstant fahren Lino wird auf jeden Fall die schnellste Rennrunde haben ja ich bin jetzt schon in der Zeit dass ich nicht kenne Chris Chris wäre richtig fies ne da vorne rammt er mich einfach weg schieb ihn raus was ich will mich schon wieder weg von Bob vorbeischieben das kann man selber haben schieb ihn warte darauf ich gebe einen Stoß von hinten einfach nee das bist du hier mit Hass vergleicht mich mit Hass das ist klar ein Stoß von hinten ach wow Chris Lilo hat vor sich dabei gebremst für mich verteilstöße von nein ich hab zurückgespult ach ja das ist belastet das ist belastet ich habe sie ergriff Kassel es gibt wieder die Musik verfolgt ja es soll nicht was denn machen ihr habt ja es wie nix leider ja dann mach mal den Jagdarmaut ihr wiegt ihr wiegt das so viel kommt nach ihr wiegt aber auch so viel wie ein Titanic also wie ein Titanic wie ein Titanic wie ein Titanic ja weil das kann man auf Wasser mit zwei Titanic Prozent dort schwärten bei also das ist mein Gewicht ich will stört mich nicht mehr so als will ich eine beherrschbare beherrschbare Poweranzahl oder einfach einen rechten Zeigefinger der bisschen Gefühl hat mein lieber Bruder ich kann immer zeigen wie ich habe Zeigefinger ich kann ja mal deine Freundin fragen ja ich erzähle mich hier seh ich mal Jay gibst du mir einen Zeiger oder Mittelfingergas Zeige wer nimmt denn mit dem Mittelfinger ich war ich habe meinen Zeigefinger die ganze Zeit auf den auf der Einfachsteilung und verpasst ganz klar achso Projekts zu zweimal überrundet auch belastend also Bremsen tue ich mit zwei Fingern mit Zeige und Mittelfinger was wird das Lino was wohl willst du mich gewinnen lassen oder willst du noch mal kurz zeigen wie schnell der Forti Tiers was ne eigentlich will ich dich gewinnen lassen oh wir können so eine Cinematic Durchfahrt machen du musst nämlich kommen wow scheiße ich hätte vorne sein Ford Pressefoto ist gesichert du hast 1,2 Sekunden schneller ich muss gar nicht versuchen ich muss gar nicht versuchen weiter zu fahren ich bin noch in Runde 6 du bist ein Runde 6 du bist ein Runde 6 Alter ja der Raptor mal eben 10 Sekunden langsamer die beste Runde als der Forti Tiers so jetzt bin ich sehr gespannt der Raptor startet auf 1 hat der bei Renn eben gesehen dass ich schon um den Kurs herum komme alles klar Dodge startet auf 1 der fällt ein oder dort ach du scheiße das fällt hab ich nicht gewonnen ja das ist dirt ja das ist ok Raptor Demon Charge of Falcon was drin ah du hast oh AC AC schon mal weg so tschüss alle vorbei bitte ja gerne sorry da muss ich ein bisschen schieben damit ich den Check beim Krieger tschüss Raptor ist jetzt schon letzter einfach 15 Sekunden von 1 auf den letzter ist tot ich kann absolut nicht fahren ja es ist ja blöd dass du jetzt keinen Kumpaner hast gegen den Fallen kürtest boah ich hasse diese Strecke alter Jake du bist genauer so so den Demon muss mir noch schnappen als ob Chris auch so weit vorne ist aber die äh die oh mein Gott rutscht es so rum ich finde die Sportautos von Ford sehen alle brutal aus irgendwie so alle haben irgendwie so richtig dieses böse Design er rappt auf jeden Fall auch ja Ford Designer sind schon ziemlich geil was ich krass finde, hat sie heute mal die 2019er Skoda Octavias angeguckt beziehungsweise Skodas oh mein Gott die sehen richtig geil ausfindig ich finde es aber lustig man macht in einem V in einem VWG Fahrzeug in der Schröder der CRT steigt und man sieht das ist genau ein VW ist nur mit einer anderen Batch fort weil es genau gleich ist innen drin auch ja aber bisher ist das hier wenig dort ja ich wundere mich auch gerade ja dort ist nur ein bisschen kommt drauf an also manchmal gibt es irgendwie in den Spielstrecken die sind wirklich richtig dort manche Strecken da ist einfach gar nichts also jetzt frage ich mich ich frage mich auf jeden Fall noch warum ich letzter bin da hätte ich auf jeden Fall das andere dann nehmen sollen sorry, fürs nächste Mal vorgemerkt Hauptsache ich hab noch nicht oh shit, ausgerollt Hauptsache ich krieg noch den Jader vorne noch das wird easy für dich Hauptsache ich komm noch ins Ziel ich bin schon bei ich bin jetzt, okay ich bin bei 30 Sekunden es gibt so viele Graden hier der Charger hat so ein schlechtes Handling ey oh mein Gott der Fall ist aber 180, 200, 220 der Rutschgleich weil 4,0 oder 2,80 wo jetzt endlich mal Dörth oh wirklich ich bin jetzt ich bin jetzt aber mein GT kommt echt gut mit dem Dörth absurd die nehmen das eine Dörth Strecke das bin ich jetzt traurig das ist eine Schallstrecke, die bin ich nie wieder ja ich habe auch schon öfter kritisiert werden im Spiel von jetzt weiß ich, warum die Dörth Strecke nicht so sehr mag das schaust da ist die Dörth Strecke, 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 die Dörth das kann, das hat nur hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich doch noch mit dem oh jetzt bin ich nicht aufgürt gleich komme eieieiei da gibt es viele graden hier egal wie aber Duell Erik gegen mich ist immer so ein bisserl nächstes Mal dürfen sich die Aufmerksamkeit und ein anderer auf den Scheiß ich hab das oh mein Gott 0,01 Sekunden also Falcon Ford Charizard 2,1 GT weiter in Ford Viper also der GT hat eigentlich schon gewonnen 1,1 1 Meter vor dem Ziel wen muss ich jetzt zum machen? mich oder Jay oder so wahrscheinlich Machen wir mich Drag Race bitte ja Drag Race, los ja wir machen das Auto mal rein Juggernaut 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 ah das ist auch so aufgesteckt perfekt Krümel, shit 1,2,1 besserer Launch als CACR wow ich hatte mit dem besten Launch jetzt werden gleich die Dodgers daher rechts ziehen so tschüss oh das ist sehr lange sehr ausgeglichen das wundert mich schon ah jetzt ziehen sie ja was denn ausgeglichen oh sorry 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 8 und 707 PS ich meine andere Seite erst nur daran dass sich wieder das alles irgendwie leckt oder wäre ich wirklich zwei Sekunden und bis zwei Sekunden war nur bei mir eine Sekunde sechsegange Sette der GT aber die sind rechtlich und verbreitet er ist wer kann es sein 6,207, 208 315 leider kann sie beim Ford GT nicht und stellen auf sie ist der Spoiler unten das sind heißt es muss so wie ein Echtzweiler das ist geil kriege ich die ACR noch ich glaub Erik du überholt's mich gleich ich glaub ich komm nicht mehr ran oder 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 oh das könnte knapp werden oh das wird knapp hol ich schon oder knapp also Erik ich mit dritter Platz äh richtig mit dritter gewonnen oh wird das knapp du Sack aber ich hätte ihn nicht mehr bekommen Alter ich schaff das ich schaff das ich schaff das ich schaff das 2-2 ah lächerlich aber nur wegen geraden Strecken aber wir haben einen Ford GT 3-0 gegen die Viper also 1-0 Ford 4-0 ja Aua dann haben wir Charger gegen Charger 2-2 zuerst mal dass ich das Ziel bin das ist halt eigentlich nur unentschieden wir müssen bei Zeiten nochmal nachholen irgendwann mit anderen Autos vielleicht ja heieiei also Dodge und Ford ihr seid ausgeglichen wir sagen mal Dodge hat gewonnen nein Dodge hat mehr Power wir legen den Motor einfach drauf ready ja fertig der Wagen ist schon 10 Jahre alt egal pack den Hellcat Motor rein passt schon wir müssen echt das nächste Mal wirklich andere Marken ne wir haben bisher nur Amis im Marken ja ja wir machen man das bei Nitschern einfach nur auf die Aten machen also Nissan gegen obwohl ne Toyota geht ja nicht mehr oder man macht irgendwann mal quasi so eine GT Serie wo immer irgendwie zwei Fahrzeuge von einem äh nicht Land aber von einem in der Marken sind irgendwie zwei Nissans zwei Toyotas eh gut Toyota ist blödes Beispiel zwei Mitsubishi zwei Hondas oder in Deutschland zwei Audis zwei Mercedes zwei BMW und so ne wäre auch interessant ich könnte ja auch ein Cup Auto designen also mit offiziellen Designs und jeder für jeden halt ein Design und alle mit dem gleichen Tuning alle auf einem Niveau und äh dann einen Cup austragen quasi das wäre auch so ein Cup zu sein das wäre ganz so bei denen Designs kann ich halt gerne das wäre eine gute Idee ja ja das machen wir tatsächlich mal so so ähm ja dann würde ich sagen war wieder mal eine letzte Folge eins äh also unentschieden effektiv weil zwei Dings nicht entschieden werden konnten weil ich ich hatte viel zu lange Schaden in dem einen verdammt ja ich hätte richtiges Offroadrennen nehmen sollen aber naja so ist das halt manchmal und ja wie immer wenn ihr mitspielen wollt Link dazu im Discord ist unter dem Schreibbuch einfach auf und auf eine Ankündigung warten und ich bedanke mich für euch für's schönes Aufklärung und dann tippt uns vor unserem nächsten Mal eure G2D und ihr im Discord könnt jetzt auch Tschüss sagen ich mag Erik Tschüss! Tschüss! Tschüss!